Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knob in Knob's Kultliga. Hallo Bild.de, ich bin Felix Maggett und wir sind hier eben kurz vor der Weihnachtsfeier vom FC Schalke. Der Trainer ist schon da und die Spiele sind eben auf dem Weg. Dieses Geschenk ist für den Spieler Albert Streit, der eben von mir zu Weihnachten eine Vertragsverlängerung bekommt, um zehn Jahre zu verbesserten Bezügen. Das war ein Witz, aber ich bin eben auch gut drauf, weil wir gegen Köln 3-0 gewonnen haben und Dortmund hat gegen Frankfurt einen auf den Sack bekommen. Ja, das ist natürlich schade. Der erste Spieler hat gerade beim Trainer abgesagt, denn der Jefferson hat sich eben hier auf dem Weg zur Weihnachtsfeier mit seinem Auto verfahren. Hier drüben, das ist das Geschenk für meinen Spieler Jermaine Jones, der eben im Vergleich zum Wikileaks-Chef Sonsch, der für mich weitaus gefährlichere Mann ist und deswegen bekommt er von seinem Trainer einen Maulkorb. Die Spiele müssten jetzt eigentlich langsam auflaufen. Da kommt auch schon der Raúl. Buenas noches, Raúl. Die wichtigsten Regeln auch für dich als Spanier bei der Weihnachtsfeier vom FC Schalke hängen am Baum eben keine Kugeln, sondern Medizinbälle und es herrscht Druck und Disziplin. Wir singen nicht O du fröhliche, sondern wir machen alle vor dem Christkind zusammen 50 Liegestütze. Verstanden? Aber erklär mir nochmal, wie du die drei Tore geschossen hast gegen Köln, weil das war auch für deinen Trainer ein Oha-Erlebnis. Ja, das ist der gemeine Spanier. Er trinkt den ganzen Abend nur Tee und ist scheinbar hackevoll. Bremen hat verloren und auch 96 hat verloren und auch Stuttgart hat schon wieder verloren und ich habe gewonnen. Und deswegen gibt es eben dann auch für den dreifachen Torschützen ein besonderes Weihnachtsgeschenk von deinem Trainer, nämlich die von dir gewünschte Bushaltestelle. Euch frohe Weihnachten und guten Rutsch und Raúl, das ist dein Geschenk. Matze Knob, sein erstes Buch. Wer ich bin und das sind viele. Dieter Niki, der Kaiser Lady Gaga oder Cristiano Ronaldo. Matze Knob verrät, was wirklich hinter den Lichtgestalten steckt. Wer ich bin und das sind viele. Das erste Buch von Matze Knob. Ab jetzt im Handel. Mehr Rat kann man nicht geben.